Die neuen Erizu-Geschenkboxen sind da. Rot oder blau? Für welche Box entscheidest du dich? Unter shop.erizu.de Und willkommen wieder zu einer neuen Folge mit Lars. Wir sind zu dritt. Lars hat gesagt, Dings, wir sollen ein paar Zombies abschießen, deswegen habe ich ihn eingeladen auf eine Runde Zombies abschießen. Wir sind zu dritt. Guck mal, hier ist die Nudelkudel. Die Nudelkudel, die spielt auch mit uns mit. Wie funktioniert das hier, Alter? Was müssen wir denn hier machen? Zombie, Zombie, Zombie. Abknall. Einfach Zombies abschießen, oder was? Oh Gott. Okay, okay, okay. Ich versuche mein Bestes. Alter, das ist ein richtig lautes Spiel. Also hier muss man ja richtig aufpassen. Oh, oh. Guck mal, da vorne kommen noch mehr, gell? Wir können auch eine Granate schmeißen, kann das sein? Ja. Oh mein Gott, ist das laut. Ich glaube, ich muss das Spiel noch ein bisschen leiser machen, einen Moment. Reloading. Oh mein Gott, Lars, ich habe von hinten angegriffen von einem Zombie. Ah, keiner hilft mir. Beschütze ich. Danke, Mann. Oh, ich bin sogar ein Level hochgekommen. Wir müssen hier also die ganze Zeit Bosse töten, oder so was. Oh, was ist das denn? Wir leuchten ja jetzt auf einmal. Es ist ein nices Teamplay. Es kommt gleich sogar noch Baba Boss. Der Baba Boss. Der Baba Boss. Baba 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 Boss. So. Oh, pass auf, die explodieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was muss man denn da abschießen? Das sind alles Monster, gell? Hey, was kann man auf Kuh machen? Kann man sich dann heilen? Nee, da kriegst du eine Kuh. Ah, eine Kuh. Was ist das? Ein Giga-Zombie. Woher kommt der denn? Junge, guck mal, wie hoch der springt. Der Giga-Zombie. Der hat richtig schlechte Zähne. Pass auf, der wirft Sachen auf den Boden. Achtung. Oh ja, Tatsache. Achtung, musst du ausweichen. Also einfach nur ausweichen. Achtung, und jetzt kommt auf den Boden Dings. Oh mein Gott, die Bällen habe ich gar nicht gesehen, aber ich habe eine Granate auf ihn geworfen. Oh, das ist es. Wir haben ihn schon getötet? Wie easy ging das denn? Ich bin schon Level 7, Mann. Wir sind doch noch ein easy, ja, weil ich dich hochlevel, Mann. Ah, du bist Level 11 schon, gell? Ja. Ah, was hat... Oh, ich habe eine Average Striker bekommen. Ich habe einen Suit bekommen. Hast du einen Anzug bekommen? Ja, Mann. Ey, cool. Ey, ich habe eine neue Schwierigkeit freigeschaltet. Warte mal, jetzt möchte ich mal kurz das ausprobieren. Ich möchte mir mal ein Upgrade holen. Kann man hier in den Upgrade-Laden reingehen? Ja, Upgrades. Achso, du kannst dir mit Zombie-Gehirn Sachen holen und so. Ich kann Sachen auch verkaufen und so, gell? Sell all, ich kann auch alles verkaufen. Upgrade, so. Ich möchte gerne meine Klamotten upgraden, 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 upgraden. Okay, ich habe meine Klamotten geupgradet. Jetzt kann ich noch mein... Ja, aber wie kann man dich... Wie kann man denn... Ah, Inventory, okay. Ich habe meinen Hut geupgradet und jetzt kann ich noch meine Waffe hier upgraden. Ich habe alles geupgradet, so ein bisschen. Ich sehe jetzt auch viel cooler aus, Mann. Und die hier verkaufe ich. Und die hier verkaufe ich auch. Guck mal, wo bist du? Ich weiß gar nicht. Warte, ich muss jetzt wieder aus dem Laden rausgehen. Wo kann man denn Sachen kaufen, so neue? Oder kriegt man nur Sachen durch Spielen? Glaub ich, gell? Ja, ja, ja. Aber wo bist du? Bist du gerade draußen? Ja, ich bin gerade draußen. Hast du dich schon umgezogen? Siehst du mich? Wo bist du denn? Ich hüpfe gerade. Ja, ich sehe dich. Da bist du. Okay, guck mal, guck mal. Du hast so einen neuen Anzug, gell? Wenn ich hier stehe, guck mal, was ich machen kann. Ich kann einfach so hinter mich schießen, siehst du? Du kannst hinter dich schießen. Warte mal. Ich kann das, glaube ich, auch, ja. Man schießt einfach. Guck mal einfach so seitwärts, gell. Lass da noch eine Runde spielen, oder? Ja, ja, du musst aufmachen. Ach so, mach du mal eine auf. Kannst du eine stärkere machen, eine andere Karte? Ich mach mal Medium, ja. Und ich mach Hardcore. Wenn wir einmal tot sind, dann... Kannst du die Dings, die Factory City schon machen? Äh, Factory City? Ja. Nee, nee. Das heißt, wir müssen die gleiche nochmal spielen. Dann lad ein, okay. Ich mach aber auf Medium. Join. Okay, let's go. Wollen wir nur zu zweit? Ja, lass zu zweit machen. Wir schaffen das. Also, ich hab schon Medium alleine geschafft. Du hast Medium schon alleine geschafft? Medium Hardcore hab ich schon alleine geschafft. Alter, okay. Aber das ist schon schwer. Das war schon schwer. Das ist schon schwierig, weil das gerade eben war. Das war ja total einfach, oder? Ja, ja. Das ist ja auch easy. Hier, guck mal. Einfach kurz die Granate werfen, kurz warten. Und dann geht's schon los. Ach so, drei, zwei, eins. Jetzt geht's rund. Und jetzt auf die Zombies. Alter, da haben manche Zombies Dings Kanonen, gell? So Bomben. Oh, Junge, Junge! Ja, lass, du musst aufpassen. Aber ich hab ne gute Waffe eigentlich. Ich hab auch meine Waffe geupgradet. Dadurch geht das jetzt alles auch ein bisschen schneller. Ja, ja, ja. Du musst die Waffe nämlich upgraden. Ah, du hast aber auch so ne Ska oder sowas. Ja, ich hab ne Ska. Ich hab ne Schrotflinte deswegen. Ah, okay. Nee, weil ich hab meine nämlich auch auf fünf Sterne geupgradet. Warte, ich werf ne Granate. Okay, ich bin level up geworden. Okay. Granate. Da ist ein Strong Zombie, pass auf. Wo ist ein Strong Zombie? Da sind zwei Strong Zombies. Okay, nice. Go, go, go. Ich bin schon level 8, Lars. Wir schaffen das. Du musst Level 36 werden, gell? Aber das geht voll fix eigentlich, wenn man so ein bisschen levelt und so. Jawoll. Haben wir beide gleichzeitig ne Granate geschmissen? Perfekt. Oh, ja. Bulletstorm. Was ist der Bulletstorm-Waff? Was bedeutet der? Kann man dann ohne Pause, glaube ich, schießen, ja. Juhu. Okay, dann noch den holen. Ich glaube, wir haben alle geholt. Jetzt schmeißt du ne Granate da rein. Oh Mist. Okay, nachladen. Und den haben wir auch. Nachladen. Das ist schon cool, das Spiel hier. Obt sich, ne? Aber ich hätte voll gerne noch vielleicht eine Granate mehr oder sowas. Das wäre vielleicht ganz cool. Oder ein Zauberspruch oder sowas. Kann man doch zaubern, so ein bisschen wie bei Harry Potter so. Das wäre schon cool eigentlich. Achso, ich habe auf Hardcore, deswegen haben wir nur eine Granate. Ah, man hat nur eine Granate. Ich habe aber jetzt mehrere benutzen können. Okay. Ah. Lass hier rein. Hey, ist das hier das Ende oder was? Das ist hier der Gigaboss. Aber das ist der Level 6er Gigaboss. Ist der schlecht oder ist der gut? Weiß ich nicht, frag ihn doch. Ich weiß es nicht. Ich frage ihn mal. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Wenn er den Stein in der Hand hat, kann er ihn nicht abschießen. Achtung, Shockwave. Achso, der macht Shockwave. Ah Mist, der hat mich erwischt. Pass auf, pass auf. Alter, wirft ja den Stein nur auf mich. Tot. Nice. Juhu. Jetzt habe ich mich noch geheilt ein bisschen. Yeah. Mission beendet. Geschafft, meine ich. Ha. Schön. Okay, jetzt gibt es kranke Sachen. All right. So. Oha, Junge. Ich habe genau die gleichen Klamotten gekriegt wie vorher. Echt? Ich habe so zwei grüne Waffen bekommen. Okay. Wir haben zwei Minuten gebraucht. Wir sind richtig durchgerusht. Man kann sich durch, man kann sich durch, man kann sich mit Gehirnen kann man sich so andere Sachen kaufen. Ich habe Hard jetzt freigeschaltet. Hard hast du freigeschaltet? Hard. Aber ich glaube, du kannst nicht Hard spielen. Ey, lass mal bei jemandem beitreten, der eine andere Map hat, der so eine bessere Map hat. Ich glaube, das geht nicht. Da hat einer Very Hard. Einer hat Easy, DeFactory. Ich glaube, DeFactory Easy gehe ich rein. Da, 30 plus. Das ist doch was an. Können wir nicht rein. Geht nicht. Geht nicht? Du musst das Level sein. Ach so. Mist. Wie kann man denn Level 30 schnell werden? Wie geht das? So, kann man sich nicht mit Brains irgendwie so Game Pass? Guck mal hier. Backpack Slots, Gold Guns, Makes Your Grenade. Kann man sich nicht irgendwie schneller leveln oder so? Mehr legendäre Waffen, Doppelt Gold, VIP, Bonus XP kann man sich holen. Get full access to a new feature earlier than others. Äh, okay. Das ist ganz viel interessante Sache. Also, das heißt, wenn wir jetzt nochmal eine Runde spielen wollen, dann können wir keine andere Runde spielen, außer die oder was? Probier's doch. Lass doch das spielen. Oha, ich hab eine neue Waffe. Wo hast du eine neue Waffe? Oha, geil. Das ist sogar eine blaue. Okay, dann machst du eine Very Hard Gruppe auf. Ich kann auf Hard. Very Hard geht nicht. Wollen wir Hard und Hardcore spielen? Da hat einer Hard aufgemacht. Lass zu dem reingehen. Der heißt Krrrrk. Lass zu dem reingehen. Okay, bin drinne. Okay, let's go, let's go, let's go. Hä, ich kann da nicht join draufdrücken. Wieso geht das nicht? Oh, join. Ne, achso. Ich hab gelieft. Mein Level ist zu niedrig. Mein Level ist zu niedrig dafür. Wenn das rot ist, kannst du nicht join. Äh. Also, wir wollten eigentlich gerade leveln, aber hier ist jetzt eine Kiste drin. Was ist das denn? Press B to unlock. Press B to unlock. Oh mein Gott. Drückst du? Äh, B? Oh mein Gott, die kostet 199 Robux. Die musst du uns nicht kaufen für Echtgeld. Ja, okay. Komm, mach ich sie halt auf. Hast du sie jetzt auch bekommen? Ne, aber ich kaufe mir auch eine. Warte. Geht die jetzt auf? Oder wie passiert das? Ne, ich glaub, wir haben die jetzt einfach gekriegt. Ah, wir haben einfach nur das Item bekommen? Okay, alles klar. Ich hab ne legendäre Sniper oder sowas bekommen. Was hast du bekommen? Ja, irgendwas Legendary Ding. Hä, was war das denn? Das ist einfach so ne legendäre Kiste. Übel nice. Keine Ahnung, ich hab bisher auch noch keine gesehen. Wir spielen übrigens hier grad nochmal ne Runde Medium, weil ich nämlich... Oh, was ist das? Let's go. Der Tankpuff? Oh, damit können wir stärker schießen, oder wie? Junge, abgefahren. Granate werfen, Lars. Manchmal sieht man gar nicht, wo man hinschießt, gell? Ne. Vor lauter Zombies. Okay, ich bin neues Level, neues Level. Okay, schönes Ding. Nice. Wuhu. Okay, okay, okay. Schönes Ding. Pass auf. Okay. Okay, da hinten ist nochmal einer. In der Ecke. Da ist noch einer. Wo? Oh, das bin ich. Da ist noch einer. Okay, ich schmeiß ne Granate. Oh, schön. Ich hab alle getroffen, glaub ich. Okay, nice. Da hinten, da hinten. Ich glaub, das ist jetzt wie der Endboss gleich wieder. Nice. Juhu, der Endboss. Und jetzt haben wir sogar ne Kiste. Welches Level ist der? Level 6. Die gehen voll einfach. Lass einfach die ganze Zeit draufschießen, ohne dass es springen. Das geht. Schmeiß einfach Granate am Anfang und dann ist der sofort tot. Warte, guck. Granate am Anfang. Und jetzt schießen, 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 schießen. Und tot. Ja. Dieser Endboss ist echt nicht der stärkste, Mann. Ist echt nicht der stärkste. So, aber jetzt können wir eine richtig krasse Runde hart machen. Was hältst du davon? Wollen wir mal ne Runde hart spielen, Lars? Ja, auf jeden Fall. Warte, ich guck, was ich bekomme. Sniper. Ey, lass mal die legendären Waffen nehmen, die wir jetzt gerade eben freigeschaltet haben, durch die Kiste, okay? Ja. Was hast du für eine bekommen? Auch so ne lila, ne? Keine Ahnung. Okay, ich hab auch eine bekommen, so ne lila, ne? Ich geh die aber, glaub ich, nochmal upgraden bei Upgrades. Upgrades! Und dann schau ich mal, was da passiert. Uh, das wird spannend, glaub ich. Okay. Dann drück ich jetzt mal hier drauf. Und dann Upgrade für 39 Gold. Okay, ich hab die voll geupgradet. Oh, das wird jetzt interessant. Wo gradet man die denn? Achso, hier in dem Store, ne? Bei Upgrades, ja. In dem Pop-Up Store. Sell und Sell. Ja, man kann da auch Sachen verkaufen. Ah, da ist ja die lila, ne? Ich hab sogar zwei lila Sachen. Ich hab auch zwei lila Sachen. Epic Sniper. Also ich hab jetzt eine, die so langsam schießt, aber dafür mehr Schaden macht. Mal gucken, wie's mit der läuft. Ich mach mal ne Gruppe auf, Lars, okay? Auf hart diesmal. Äh, oh, lass mal ne richtig Hardcore-Runde machen. Und da darfst du nicht sterben, aber du kriegst doppeltes Geld, wenn du das gewinnst. Komm, wir schaffen das. Hard auf Hardcore. Warte, ich verkaufe grad noch was. Komm, schau, Lars, wir müssen das machen. Ja, ja, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Go, 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 wir schaffen das. Save, 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 save. Let's go. Los, 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 los. Und es sind vier Leute drin. Der Baba ist auch dabei. Der Baba und Lolmem. Okay, das ist jetzt Hardcore. Das heißt, wenn du stirbst, ist alles vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Waffe gut ist, um ganz ehrlich zu sein. Ich hab nämlich einfach nur so ne Sniper. Aber mit der kann ich, glaub ich, gut schießen. Guck mal, hier sind sie. Da sind sie, ne? Okay, es geht los. Oh, Jungs. Okay. Okay. Alter, ich one-shotte die. Also, wenn ich einen Zombie treffe, dann ist der eigentlich mit einem Schuss fast tot. Der tot wie Brot. Tot wie Brot ist der. Okay. Wenn ich die treffe einmal richtig gut, dann sind die instant tot eigentlich. Ja, stimmt. Also, das ist diese Waffe, die ich da jetzt neu habe. Ja, ich auch. Wenn du auf den Kopf triffst, dann machst du mehr Schaden, ne? Dann machst du mehr Schaden, ja. Mehr Dimmücke. Ah, jetzt können wir so viel schießen wieder, wie wir wollen, gell? Da ist noch einer. Wo sind die, wo sind die? Okay, okay, okay. Das ist jetzt Hardcore-Modus, ne? Ja, das ist hart. Aber das ist eigentlich gar nicht so viel härter als gerade eben, muss ich sagen. Ja, weil wir auch zu viert sind. Aber denkst du, das wird nicht angepasst, wenn man zu viert ist? Hey, der Typ hinter mir hat dieselbe Waffe wie ich auch. Das bin ich. Also, oh, das ist wieder so. Echt? Achso, lol, dann haben wir dieselbe Waffe. Oh, die Epic Rifle. Die hab ich schon. Die hab ich schon. Okay. Okay, okay, okay. War schon teuer, 200 Robux für so ein Ding. Das ist eine Waffe halt, ne? Und da kommen immer neue Waffen, weißt du? Am Anfang sind die so gut und dann irgendwann wird die wieder schlecht und dann musst du dir wieder eine neue holen. Und ja, das geht dann alles seinen Lauf, ne? So. Weiter. Ich glaub, da hinten war noch... Ich glaub, da ist gerade einer von uns gegangen. Okay. Achtung. Und? Bam. Schönes Ding, was? Hey, ist einer gestorben? Ich glaub, nee, ist nicht. Alle haben 100% Leben. Okay. Lass mal diese Bombenträger immer als erstes holen. Okay. Nice. Schönes Ding. Da hinten ist noch ein Bombenträger. Da, 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 da. Hab ihn. Alles gut. Alles schön. Seitlich. Alle geholt. Da ist wieder einer. Aber die werden von Runde auch stärker, ne? Ja, klar. Okay. Aber diese Waffe, die wir haben, die ist eigentlich ganz cool mit den Zielen. Ja, auf jeden Fall. Damit kannst du die dann schon von der Ferne aus direkt gut treffen. Achtung, Bomben. Ja. Oh, oh. Da ist gerade eine Bombe bei mir explodiert. Ich muss mich heilen. Hup. Okay. Schönes Ding. Ah, das ist gerade... Die anderen haben nur Pistolen, gell? Aber man merkt doch, Hart ist schon mal ein bisschen noch mal härter. Okay. Achtung, da ist ein Bombenträger. Oh mein Gott, ich glaube, da ist jemand gestorben. Kann das sein? Lars, du hast nicht mehr viel Leben, ne? Du hast 63%. Okay, aber ich glaube, jetzt kommt der Boss. Uh. Okay. Welches Level ist der? Level 12. Alter, stark. Okay. Der ist doppelt so hart wie jetzt. Der ist doppelt so hart. Okay. Das ist jetzt mal eine Herausforderung. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Doppelter Loot. Okay. Digga, wir machen den so schnell. Der ist tot. Der konnte nicht mal eine Attacke machen. Der ist schon tot. Der konnte nicht mal eine Attacke machen. Alter, ich bin Level 17 geworden. Okay. Jetzt haben wir auch mal ein hartes Level gespielt. Na gut. Okay. Schauen wir mal, was wir noch bekommen. Experience, 6000. Gold haben wir bekommen, 370. Zwei Geschenke. Oha, ich habe eine neue Knarre. Ich habe eine neue Frisur bekommen. Okay, Leute. Dann ziehe ich mir jetzt mal noch kurz die Frisur an, damit wir die noch mal angucken können. Oh yeah. Und damit sehen wir jetzt so aus. Sieht cool aus. Okay, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ihr alle schaut, auf jeden Fall auf bei Lars vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.